In diesem Video geht es um deine GmbH. Wie schützt du deine GmbH? Wir reden über das Thema der Haftung und vor allen Dingen auch das Thema, nur weil du eine GmbH hast, heißt es nicht, dass in jedem Case dein Privatvermögen von der Haftung geschützt ist. Wir starten rein. Zunächst einmal deine GmbH, also Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Warum hast du sie gegründet? Sehr wahrscheinlich, weil du weniger Steuern zahlen wolltest, weil du die Haftung minimieren wolltest und natürlich auch in der Reputation nach außen ist es einfach seriöser, eine GmbH zu haben. Man erkennt direkt auf den ersten Blick, du meinst es mit deinem Unternehmen, mit deiner Dienstleistung ernst. Es gibt auch andere Unternehmen, die nur mit Unternehmen zusammenarbeiten, die eine GmbH haben. Da bist du als Einzelunternehmer oder als GbR bist du einfach raus. Soviel zu diesem Thema. Und wenn du jetzt deine GmbH gründest, du startest, das heißt, du hinterlegst 12.500 oder die 25.000 Euro, damit du überhaupt loslegen kannst. Und jetzt ist es so, dass du ja sagst, okay, ich hafte jetzt ja nur mit meiner GmbH ein. Zunächst einmal ist es so, dass wenn du in deiner GmbH hast du Know-how, du hast Kundendaten, du hast Assets, du hast vielleicht Videos, du hast letzten Endes Equipment, du hast Büromaterialien, du hast Kameras, Laptop, wenn du ein produzierendes Unternehmen bist, Hallen, Büroräume, große Maschinen, dein Auto, dein Fuhrpark. Also all das ist erst mal in deiner GmbH und damit haftest du auch, also nicht nur mit den halben Millionen Euro, die auf deinem Geschäftskonto liegt oder mit den Millionen, sondern du haftest auch mit den weiteren Aspekten, die ich gerade genannt habe. Und hier ist es super, super spannend zu sagen, ich habe hier eine Absicherung, wo ich mir ja noch eine Unterstützung mit ins Boot hole in Form von Business Insurance. Das heißt Firmenversicherung, wo ich letzten Endes sage, okay, was ist mein Case von meinem Unternehmen, wo sind die größten Risiken, die ich letzten Endes habe und wo kann was passieren, dass Schadenersatzansprüche von Kunden, von Zulieferern, von irgendwelchen Marktteilnehmern geltend gemacht werden. Und ich habe jetzt, bin ich ehrlich, keine Lust mit meinem kompletten Firmenvermögen, was ich in der GmbH angesammelt habe, ja zu haften und meinem Privatvermögen erst recht nicht. Und hier habe ich einfach ein sehr, sehr gutes Tipp an dieser Stelle und zwar ist das das Thema der Firmenversicherung, dass du halt sagst, okay, wir analysieren dein Unternehmen, was ist dein Business Case, was sind die größten Risiken und kann dann sagen, das sind deine Top Risiken. Und je nachdem, wie hoch dein eigenes Risiko empfinden ist, kannst du diese vollumfänglich, teilweise oder punktuell absichern mit Firmenversicherungen. Und da ist es jetzt so, dass es da viele Mindset-Themen gibt. Das heißt, man sagt, ja, ich will mich damit nicht befassen, ist jetzt nicht so das spannendste Thema oder ist mir letzten Endes ja viel zu teuer. Zunächst einmal ist es so, einmal eine Besprechung, dann geht es in die Konzeption, in das Fulfillment über. Das heißt, du hast einen minimalen zeitlichen Aufwand. Im Endeffekt sieht es so aus, ein Telefongespräch und ein Zoom-Call, dann hat man damit schon das meiste installiert. Und es ist auch so, dass man denkt, ja, es ist sehr teuer. Nein, also wenn wir im Dienstleistungssegment, um eine Größenordnung zu sehen, wir sind ungefähr von dem Umsatz, den du im Jahr machst, bei einem, bei lediglich einem Prozent oder unter einem Prozent, hängt natürlich auf Grundlage deiner Risiko-Aversität dann letzten Endes zustande. Ja, und dann ist das Nächste. Wir haben keine Setup-Fee. Ja, das heißt, du kannst natürlich dir einen kompetenten Ansprechpartner holen. Wenn du jetzt, ja, das Video schaust und sagst, du, lass uns da mal gemeinsam drüber schauen. Wir haben keine Setup-Fee und wir haben auch keine Fee für die monatliche Betreuung, aber haben einen Premium-Kundensupport. Ja, das ist das, was verankert ist. Und wenn du das einmal gemacht hast, ja, dann bist du mit deiner GmbH, hast du ein weiteres, ja, Schutzschild, einen Schutzwall und einen Burggraben um deine GmbH drum herum gebaut. Alles, was du natürlich dort installierst, kannst du voll als Betriebsausgaben absetzen. Das ist auch nochmal wichtig, dass du das Ganze weißt. Und auch, ja, der kleine Punkt, den ich zu Beginn genannt habe, ist, du bist, wenn du Inhaber GGF bist, ja, dann hast du Rechten und Pflichten. Und es gibt die sogenannte Durchgriffshaftung. Ja, was bedeutet das? Dass auch, wenn du eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung hast, in gewissen Extremfällen, weil du musst Rechten und Pflichten einhalten, dennoch die Haftung bis in dein Privatvermögen, ja, greifen kann. Das bedeutet, was sind das so für Punkte? Hier reden wir von dem Thema natürlich der Insolvenz, hier reden wir von gegebenenfalls Straftaten und so weiter. Das heißt, die Liste ist relativ lang. Das heißt, nur weil du in der GmbH oben drauf stehst, heißt das nicht, dass auch dein Privatvermögen geschützt ist. Hier gibt es auch viele Bausteine und Cases, die man installieren kann, um dort, ja, diese Durchgriffshaftung in gewissen Punkten nochmal zu minimieren oder halt nochmal so einen gewissen Puffer dann einzubauen. Ich will dir damit einfach nur in dem Video mal darlegen, ja, dass deine GmbH ist wertvoll. Du hast sie zu Recht mit guten Gründen damals ins Leben gerufen und gegründet. Und es macht absolut Sinn, ja, mit einem Konzept, was die GmbH ummantelt, ja, dass du einfach hier diese Haftungsthemen in dieser Form minimiert hast. Dadurch, dass du es steuerlich absetzen kannst und der Betrag sehr verhältnismäßig niedrig ist für das, was du an Schutz bekommst, könnte das für dich auf jeden Fall extrem sinnvoll sein. Von unserer Seite aus, wenn du, ja, mehr erfahren möchtest, wir haben unsere Website verlinkt, trag dich gerne ein für ein kostenloses Erstgespräch. Ansonsten abonnieren, liken nicht vergessen und schalt auch beim nächsten Mal wieder rein. Wir freuen uns auf dich, dein Marc.